Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Wer die letzte Episode gesehen hat, der weiß, wir haben ein bisschen militär gespielt, deswegen haben wir die Klamotten noch an. Und jetzt sind wir auf dem wunderschönen Tron-Bike, so nennt man das ja, warum liegt da einfach so ein Poller? So nennt man das ja mal sehr gerne. Ja geil, es hilft ja die Musik ab, Hammer. So, und in dieser Folge wollen wir euch etwas zeigen, da hat uns der User ManicSoul aus unserer Community drauf hingewiesen. Es gibt einen lustigen Glitch, den kann man nutzen, um über die Map zu fliegen. Und das erinnert ja ein bisschen an die Todesschaukel aus GTA 4, ja. Und es gab in GTA 5 ja auch ein todes Tor. Boah, die Musik, ey, warte mal. Watt denn? So, jetzt ist er weg. Da gab es ja auch ein todes Tor und das haben die aber rausgepatcht. Und jetzt gibt es eben dieses, ja, diese Schranke oder was ist das, ne? Eine wunderschöne Schranke, wo man einfach ohne irgendeinem Grund irgendwie in die Luft katapultiert wird. Ja eben, und das probieren wir jetzt heute mal aus und zeigen euch das. Ähm, dazu brauche ich dir auf jeden Fall dieses wunderschöne Motorrad hier, das Tron-Bike. Es geht nur mit diesem Motorrad, warum auch immer. Es ist auch außerdem eine Frage, wie lange es das gibt, aber man kann damit schon lustige Sachen machen. Ähm, Joni oder Smiley, ihr könnt euch ja mal gleich noch einen Kampfjet holen. Dann können wir ja mal versuchen, einer von uns, äh, vielleicht landen wir ja rein zufällig auf Weise auf eurem Kampfjet. Das wäre geil. Schärfer mit dem Moped noch, weißt du? Ja. Wer hat das hier, Joni? Nix. Hä? Der macht ja an, an Trailer und dann sagt er nix, ey. Nö, schade, nö. Schade, Joni, ey. Aber, freu mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, Freunde. Ist die Musik jetzt bei dir oder hier im Radio? Bei mir ist gar nix. So. Ja, geil. Gott, Tim. Wie weit bist du noch weg, Joni? Ich fahre gerade auf dem Highway. Yeah, man. Highway to hell. Okay. Hä? Warte, ist die? Komplett hier angekrochen, Alter. Komplett hier, Alter. So. Okay, hier ist es schon. Ja. Highway to hell. Das ist beim Life Invader Gebäude, ne? Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig fahre. Wow. Das ist unterm Golf Club. Unterm Golf Club drunter? Wie geht das denn? Äh. Ja, ja, ich habe. Ach, der Joni, ne? Der immer mit seinen ganzen Mods und so, ey. Ja, vor allem, man geht hier online. Wenn wir immer so Gegner-Mod spielen, ne? Immer Aim-Bot an und so. Und der lacht da einfach. Ja, Gott-Mod, ne? Ja, klar. Ne, nicht Gott-Mod. Das tut zwar auffällig, aber du hast ein Aim-Bot an. Ja. Und das brauchst, kannst du mir auch erzählen, wie du willst, in Joni. Ha, ha, ha. So. Ne? Da vorne ist es, Leute. Okay, Jungs, dann lass mal jetzt rocken hier. Auf jeden Fall, Mann. Okay, das meine ich, dürfte ich dann kurz das Moped ausleihen, das wäre sehr nett. Das muss irgendwo hier sein, ne? So, dazu müsst ihr vorhin das bedenken. Also genau, hier ist die Schranke. Die müsst ihr dafür kaputt machen, so wie sie jetzt ist. Aber die darf nicht ganz kaputt sein. Und dann fahrt ihr ganz sachte mit diesem Bike da dran. Und dann müsste es eigentlich klappen. Warte mal. Also ich zeige euch erst mal die Stelle, wo das ist. Hier, ja. Hier. So, dann könnt ihr nämlich. Oh, habt ihr schon gesehen? Aber es hat noch nicht ganz geklappt. Ähm, bitte einmal die Kopfstreck machen, wenn ihr welche habt. Ja, das wäre sehr nett, weil sonst können wir das nicht machen. Ja, Auto. Super Auto. Mann, ey. Also wie das du hier hast, geschafft. Ja, Alter, der fällt da hinunter. Nice. Ah, die Cops, Leute. Ihr müsst die Polizei weg. Ich will auch. Man wird aber teleportiert. Ich will auch. Ihr müsst warten, bis die Polizei weg ist, sonst können wir es nicht machen. Ich will auch. Jetzt ist die Schranke kaputt. Ja, ich habe jetzt bei mir ganz. Bei mir ist die auch ganz. Die Polizei muss weg, Leute. Wer fährt denn hier mit Cops rum, Mann? Hey, Smiley, darf ich mal kurz aufsteigen, ey? Das wäre voll nett, ey. Vielen Dank Smiley, danke schön. Hä? So. Du müsstest warten, bis das Polizeiauto wieder wegkommt. Kann ich aufsteigen. Scheiße. Jetzt haben wir wieder Ster- Oh mein Gott. Danke. Leute, Alter, ist es so schwer, dass die Sterne weg sind? Ach ja, ich habe keine Sterne, ne? Okay, Joni. LOL. Es hat wieder geklappt. Wo ist der? Es hat wieder... Alter. Hä? Wo ist der denn jetzt? Alter, ich komme, gucke mal nach oben, gucke mal nach oben. Jetzt, jetzt, guck mal auf, jetzt, guck. Alter, guck mal runter, da hin. Ja, da kann man einfach voll geil, kann man voll geil überleben, weißt du. Warte mal, ich will das auch machen, Leute. Okay. Passt auf, haltet euch fest, Leute. Oh, ne Capture dafür. Ja, gar nicht. Warte, 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 ey. Oh, Entschuldigung. Nicht vordrängeln, Mann. Erst wenn ich das geschafft habe, Mann. Das geht nicht mit dem Mopeds. Doch. Also nur mit dem, mit dem, mit denen hier. Ne, der Tron-Bike geht das. Ja, warte, 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 pass auf. Pass auf, Alter. Geh, Mann. Mit Gefühl. Ja, wo bist du? Ähm, ich komme jetzt. Wo? Bist du das dahin? Hä? Hast du das gesehen? Welches Motorrad hattest du? So ein rotes, rot-gelb. Hä, du bist voll weit weg, ne? Ja, Mann, ich bin richtig weit weggeflogen. Aber ich habe überlebt. Ich bin nicht mal runtergestürzt. Nice. Ja, Michael ist auch da, geil. Michael. Alles klar, es gibt in unserem, ähm, in unserem Store, hier, Merch, da ist, gibt es bald ein paar neue Motive. Auch so ganz normale, also ist ganz geil eigentlich. Können wir mal reingucken, findet ihr unter dem Video mal verlinkt. Ist geil, dass die Leute immer noch nicht gecheckt haben, dass sie Merch-Store haben, ne? Ja, das ist halt wie so ein kleines Überraschungseine, ne? Einmal die Beschreibung öffnen. Ich mache das, glaube ich, nochmal. Herr Curry. Ey, ey, Freunde, ey. Oh, Dennis, ey. Flieg mal weg. Ja, das geht gerade nicht mehr. Geht, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ja, nice, Ranger. Die Schranche, Alter. Wir können alle wegfahren, alle wegfahren. Was ist denn mit dir? Ja, was für Fraser? Ranger. Ranger, Fraser. Ranger. Jetzt hört doch auf, hier mit Flares uns rumzuballern, Alter, Leute. Die sind alle im Party-Modus. Mano. Ihr müsst doch mal einen Bogen fahren, weil mit mir ist die Schranke kaputt. Ihr müsst alle wegfahren, Leute. Oh, Entschuldigung, Ioni. Oh, oh. Wie geil. Wie geil ich gerade gelandet bin, Mann. Okay, wir müssen versuchen, auf dem Kampfjet zu landen. Aber ihr müsst alle da wegfahren. Das ist aber Zufall, wo man spawnt in der Luft. So, zack. Okay, Mann. Boah, das ist halt das Problem, ne? Je nachdem, wo du spawnt, so schnell kann der Jetkar nicht reagieren. Okay, Serana, die Ramp ane, das ist nice, das ist gut. Ah, Mann, komm. Trau mir nicht, ey. Ah! Warte. Was machst denn du? Alter, die Autos müssen hier weg, ey. Alter, wer ist denn da? Shepard, fahr mal weg mit der Karre, bitte. Oh, what the fuck? Wie war das denn, ey? Keine Ahnung. Ich probiere es auch nochmal. Losgerill, komm. Ja, hör auf, da mich reinzuschubsen, Alter. Ah, Alter. Ich, äh, ich bin schon wieder weit weggeflogen. Holy shit. Gamer LP. Oder? Boah, Alter. Schade, Smile, die hat mich fast gefangen. Äh. Bei dir war gerade was Zeichen. Ich muss da ganz langsam wirklich reinfangen. Geht das auch von der anderen Seite? Oh. Boah, ne, nur von der Seite, boah, Alter, das ist echt. Warte mal, ich probiere es mal von der anderen Seite, das wäre lustig. Alter, ich bin vor meinem Bike runtergefallen. Warte mal. Ey, ich kriege das nicht mal hin, warte mal. Lass die anderen auch mal probieren. Ja, sofort, warte. Lass die anderen auch mal probieren, jetzt, ey. Ah. Hey, okay. Erst mal. Weißt, das ist mal nix holen, ne? Hat sie dir die Schranke gerade besorgt? Schön übrigens die Tasche gehackt, was nix holt. Wo ist er denn hin? Du kleiner, der Model ist auch runtergefallen. Da oben mit dem Fallschirm, lol. Guck mal, das Motorrad ist da oben in der Luft, das steht da, siehst du das? Jo, guck mal da oben. Hä? Steht da in der Luft. Lass mal das runterschießen. Okay, Knobi, komm. Kannst du mit? Guck mal da oben. Das fällt runter, jo. Okay, mach schnell wieder die Kopfschweck. Was, du Adana-Führer? Du bist alles. Mach, stell die Kopfschweck weg, Leute. Wow, Alter, wo bin ich denn jetzt? Holy shit. Ich bin noch höher. Siehst du mich denn? Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Da, lol. Plupp. Ich bin tot. Jungs, die Kopfschweck müssen weg. Geil, Mann, das ist richtig nice. Können wir auch ins FIB-Gebäude gehen. Können wir gleich mal machen. Warte mal, sitzt das. Ist das Motorrad jetzt hier noch, ja, oder? Beobachte gerade nur den Ceran, wie der gerade so wunderschön genüsslich die Stange hier rumst. Da hast du doch gerade auch gemacht, ey. Wah! Hey, wo bist du? Hier. Alter, ich bin einfach so. Hä? Ich glaube, es kommt darauf an, wie schnell du dagegen fährst. Kann das? Weiß ich nicht. Aber ich bin immer langsam gefahren, da bin ich immer weit oben gekommen. Also, ne? Weißt du schon. Kommst gerne weit oben, ne? Ich komm gerne weit oben, Mafuyu! Der Curry geht auch immer auf den Kölner Dom, holt sich so ein Ticket aus, die Turm. Da sind wir dabei! Was? Äh. Boah, wie viele Moppes hier sind, ey. Das ist ja Wahnsinn. Der Ranger kommt mit einem Jet. Der Ranger ist ja nicht frech. Ich komm schon vorbei. Ah! Boah, Alter, wo bist du denn jetzt? Der zieht auf uns, der zieht auf uns. Schnell weg, hier! Aua. Ich bin mit dem Kopf auf den Hydranten geknallt. Aua. Wo ist das, ey? Wo ist das mit dem Motorrad? Äh. Äh. Schade, dass man nicht zu zweit da drauf gehen kann, ne? Ja, das wäre echt nice. Mann, warum haben die das Tor weggemacht oder so, ey? Ne, die sollten einfach eine Schaukel hier einbauen, Mann. Ja, das ist echt so. Warum gibt's hier keine Schaukel? So die Scheiße. Okay, Leute, dann wollen wir dann mal, äh, zum FIB-Gebäude gehen. Dann lass uns doch mal alle treffen, weil der, äh, Maflort, der alte Glitcher, der hat ja dann, hat ja dann einen Trick, irgendwie, wie man da reinkommt, oder was? Ja, durch das Fenster wahrscheinlich, aber da waren wir doch schon drin. Ja. So, ja, stimmt. Ich will nochmal wegfliegen, ey. Ich will nochmal wegfliegen, ey. Uhuuhu, oh Mann. Typhus kommt erstmal hier mit dem, was ist denn hier schon wieder los, Alter? Feuer wäre alles. Uhuuhu. Ne, gerade muss die Gegend fahren, Curry. Guck mal. Siehste? Ah! Hä? Was war das denn, Alter? Ah, ich bin in die Palme geflogen. Hä, du bist bei mir gar nicht weggeflogen. Hä? Ich stehe doch hier hinten. Du musst da ganz gerade gegen fahren, Alter. Bei mir ist das, wo ist mein Motorrad? Hä? Knoxhult hat mich abgeschossen. Du Dreck-Sau! So hat mich das nirgendwo. Ach, ja, genau, ey. Guck mal, wie ich hier liege. Seht ihr das? Sieht schon, ja, bläht, ja. Achso. Oh, sei doch leise, Mann. Ich kann nicht mehr fahren, mein Motorrad. Seid doch einfach leise. Hey, ich kann nichts mehr fahren. Ich glaube, ich muss dich töten, Dennis. Die Schranke ist wieder ganz. Was macht denn der Smiley da, Alter? Smiley, sag mal. Aber wobei, warte mal, das ist gar nicht mehr so schlecht. Smiley, bleib mal da stehen. Wenn man dann dagegen knallt. Da sind wir gleich im Heli, im Jet drin, Alter. Mach mal, Ioni, fahr mal ganz gerade gegen die Schranke. Ja, wessen Bike ist das denn da? Da hat der Dennis da hingelegt, Mann. Ne, ich kann's nicht wegfahren. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ioni, du musst da ganz gegen fahren, ganz gerade. Guck mal. Warum hab ich jetzt wieder Kopf? Ganz ruhig, Ioni, ganz ruhig. Wuuuuh, nein. Ja, Mann. Nice. Wer ist denn, Jan? Waaah. Boah, ich bin durch, Alter, ich bin durch den Kampfjet geflogen. Ja, Mann. Ja, wo bin ich denn jetzt? Lol. Das hat weh, aber meine Knochen. Hä? Ja, das hat richtig weh. Ich will auch nochmal fliegen, ey. Das gibt es doch nicht hier. Smiley, kannst du mich abholen mit der Hydra? Ich stelle mich drauf. Ich bin hier hinten, auf der, auf der, ja. Bist du das da rum? Oh, ich mach auch nochmal hier. Hier fliegt einer mit einem Kampschert lang, der da rumballert. Ich weiß nicht, ob du das bist. Also, ich bin es nicht. Hallo? Ach, da ist das Smiley, doch. Ich will mir nochmal reinfliegen, da, komm. Hier Smiley. Ich vertraue ihm. Los geht's. Alter, wie hoch bin ich denn? Hilfe! Ja, wo bist du? Ja. Ja, ich bin ganz oben. Warte, Smiley, warte, warte, warte. Aaaaaah. Du musst ganz langsam Smiley, ganz, ganz langsam. Ich bumms gerade die... Irgendwas mache ich gerade. Okay, los Smiley, komm. Ich bin der Superhero, ich kann fliegen wie kein zweiter. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Ach nein, Maflood. Why are you doing this? Ups, ist alles kaputt, guck mal. Aaaaaah. Wer war das? Wer ist deinem Cargo Bob? Die Nischmute Ninja Turtles. Nein, Maflood, du hast mit deinem Rotor den Kampschert berührt. Warum auch immer, das ist irgendwie buggy. Hi. Ah. Sorry, Mann. Nein, hör auf, lass es mal. Nein, Mann. Lass die Scheiße. Aua. Bleib ruhig. Hör. Ach. Aber Leute, wie gesagt, probiert es mal selber aus. Wuhu. Kann eigentlich da lustige Scheiße machen. Wer ist denn da oben im Kampschert drin? Ey, ist doch scheiße, Mann, ey. Fetty Boy. Fett Boy, Alter. Alle auf Ranger, Alter. Rrrrrr. MNG, Fetty Boy, ey. Lass den Ranger in Ruhe. Wir rasten jetzt nicht aus. Ja, wir wollten mal ein Gliff zeigen. Das war alles. Hey, was ist denn jetzt los? Ich bin irgendwie eingefroren gerade. Oh, nee, was ist wieder? Hä? Hallo? Hallo? Ich will nicht mit der ollen... Hä? Hä? Ich bin gerade irgendwie in ein Auto eingestiegen, aber irgendwie doch nicht. Mufflo, kannst du mich mitnehmen? Du bist ja ein guter Pilot, Herr Mufflo. Können wir da rein, wa? Dreaming of the white Christmas. Komm, steig mal, ich steig ein, Alter. Hopp, hopp. Hopp, hopp,'s Manny. Ich weiß es nicht. Wir sind irgendwo in der City drin, Alter. Hi, wie seid ihr alle? Dreaming of the white Christmas. Wo bist du denn denn? Komm, wir fahren zum Schluss alle noch mit Militärtransporter rum. Wo bist du denn? Beim Militärtransporter. Ja, wo ist der denn? Hier beim Filmstudio. Wo der ist, habe ich gefragt. Beim Filmstudio, du Vollgeburt. Hey, es mal, wir fliegen zum Film. Hast du gerade Vollgeburt zu mir gesagt? Hast du jetzt nicht gesagt, ey. Einer reicht GameRP, glaube ich, oder? Der hat zu mir Vollgeburt gesagt. Sorry, ich hole dich ab, man, komm. Nein, man, brauchst du nicht. Warum? Hi. Ach cool, komm, steig ein, Mann. Ja, Freunde, was geht, Alter? Alle rein, da? Komm, Smanny, ab geht's. Alle rein an die Jumel. Und dann haben wir jetzt gleich hier Höhner. Kommt alle rein, da. Dreaming of the white Christmas. Alle rein. Los geht's. Da, 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 da. Guck mal hinten, die Plane. Li, li, li. Okay, komm her. Kommt her, kommt her, kommt her, Fraser. Komm. Stell, stell, stell. Kommt, Leute. Der Karnevalzug geht ab, Alter. Kommt, stell, Mann. Oh, wir müssen los, ey, die Cops. Leute, go, go, go. Wir haben drei Sterne, Mann. Mal nix zu, komm rein. Komm, drei Sterne jetzt, hallo. Okay, los geht's. Okay, Leute. Dann wollen wir doch mal reinwerpen. Okay. Jawohl, Leute. Warte, das geht noch besser, das geht noch besser. Okay, wir machen wir Sansibar an, Alter. Ey, schieß mal das Motorrad, das Blaue kaputt. Der haut uns. Okay, komm her drauf hier, Juni. Komm drauf. Komm drauf hier, Juni. Komm, komm, komm. Seran, komm. Ja. Boah, wo bist du denn hier geflogen? Okay, Seran, kann nicht mehr. Seran wurde soeben eliminiert. Ah, schön bleiben. Komm, 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 komm. Leute, komm. Boah, Alter. Boah. Gehen wir alle mit, Seifers, komm rein. Micha, komm rein. Da sind wir dabei. Das ist prima. Zack, 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 zack. Ja, wir haben nur fünf Sterne, aber gut. Micha, komm rein. Wir leben, leben, die Liebe und die Lust. Andere Seite, Micha. Wir haben an den lieben Gott und haben auch immer Lust. Alter, ihr müsst die Kopf töten. Und jetzt? Ey, macht die Scheiße aus. Das ist falsche Musik, Mann. Ausmachen, stopp. Ey, wenn ihr noch jemand Musik abspielt, außer ich, ne, dann raste ich aus, ey. Boah, was ein egozentrischer Wichser. Mann, ich bin tot. Tolle Musik, XD. Hä? Hey, Leute. Wir sind multikulinarisch, wir sind multikultuell. Wir sind den Genos, die ist aktuell. Wir sind den Genos, die ist aktuell. Auch sexuell. Da sind wir dabei, dann ist prima. Viva Zollonia. Wir lieben die Liebe und die Lust. Wir trauen an den lieben Gott und haben auch immer Lust, hast immer lacht. Okay, stopp. Arrrrrr. Hä? Okay, Leute, das war denn alle bescheuert, ey. Wir sind alle bescheuert, ey. Bis zum Morgen, wenn ihr Challenge-Ideen habt, immer gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Warum macht deine Google-Stimme nicht mal eine Abmoderation? Ja, Google-Stimme, mach mal eine Abmoderation, komm. Haha. Haha. Sag mal die ganze Zeit Pimmel. Pimmel, 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 Pimmel. Tschüss, Leute. Wow. Das war ja Wahnsinn. Dennis? Ich hab die schon... Oh, dann, äh, ja. Oh, dann, äh, ja, 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 ja. Bis zum nächsten Mal.